Da ist der Sand ausgegangen. Und die Erde auch fast. Naja, wenn ich das... Ich hoffe, ich komme auf 64 wenigstens. Dann kann ich nämlich noch einen brennenden Vorgang starten. Ah, noch einer. Da ist er. So. Einen brennenden Vorgang kann ich noch starten. Und dann kann ich abwarten, bis die hier fertig sind. So. Noch zwei. Genau. Hinkommst du. Und da kommst du aber dorthin. Ah, ich warte ab, bis die Rüstung kaputt ist. Und dann. Genau. Kann man doch nicht mehr erzählen, so, ne? Ich hab doch das Büchlein. Vielleicht steht da irgendwas über Skull. Was geht denn mit Bajonett? Muskete? Muskete. Ne, Skull ist nicht das dritte. Änderaugen. Amulett. Kann ich ja wohl so tragen. Wie mach ich die? Steht natürlich nicht drin, ne? Äh. Ja, super. Okay. Okay, den Ballon mach ich so. Das. Ah, der Motor. Ah, okay. Und ein Boot. Okay, das ist ganz schön viel Eisen, ne? Ah, das ist ne Peitsche. Ah, okay. Was ist das? Na, das ist Clampree. Ach, Kriegspieler raus. Das ist ja... Ähm. Halt. XP Buch. Gucken wir mal an die Angel. Aber ich hab doch hier noch eine Angel gesehen. Äh. Nö. Warte mal kurz. Was krieg ich denn raus? Lohrenstaub. Mhm. Magma Creme. Ja, mit Feuer kannst du nicht viel machen. Hm? Achso, jetzt weiß ich, was ich wollte. Haha. Ja, aus den paar Minuten wurde ein bisschen mehr. Ich muss nicht nur eine Axt hier irgendwo liegen. Ach, da war sie. Ich brauche wieder ein bisschen mehr Milch. Ein bisschen. Nicht Holz, sondern wieder Äpfel. Oh, das war so doll, dass es ein bisschen sogar gelinkt hat. Ah, jetzt wieder alles einsammeln. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und hier, wo ist ja echt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ähm, du raus, du rein. Und sobald die verbraucht sind, höre ich dann auch noch. Brauche ich so viel, was ich brauche. Also, das freue ich hier nicht. Das war ja eigentlich nur für die Hetzel. Das ist ein bisschen dunkel. Oh, das geht auch echt so lang, sorry. Wollen die echt jetzt noch die Stadt überfallen? Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Nation, mit denen sie ja auch handeln können. Hallo. Ich wollte ein bisschen was loswerden. Naja, Holz gibt es nicht viel. Ne, wie ist Holz dann? Aber jeder, die nahe, ist wichtig. Heißt doch, die nahe. Ja, jedes D ist wichtig. Oh, die haben mir sogar, bieten mir jetzt schon ein Haus an. Na, ich warte noch ab. Was bin ich jetzt eigentlich für euch? Beliebtester Händler. Ich bin der einzige Händler. Oh, bin aber nicht fertig. So, was brauchen die noch? Ach, da hat es weg. Anmerksam, gib mir die Spucke aus. Und deswegen mache ich auch gleich mal ein bisschen Pause. Und nicht, weil die Straßenreinigung zum fünften Mal die Woche vorbeikommt. Kohle, 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 Kohle. Was wollten die hier jetzt eigentlich? Och, verdammt. Äh. Oh, die ist genau deswegen. Ähm, genau. 40, 60, passt. Habe ich da versucht, einen Code hier zu schnappen? Ach, ne, das ist alles unter der Erde, oder? Hallo. Ja, lasst uns die schnell verkaufen. Damit könnt ihr jetzt gleich weiterarbeiten. Jetzt wird das... Hain, Jan. Hain. Hinten. Das ist hinten. Rechtsrum. Rechtsrum. Ja, klar. Bist du dir der First? Ach, es ist ja jetzt bitte nicht, dass du das hier größer machst. Doch, tatsächlich. Ne, er macht es nicht größer, er macht es bloß schöner. Oh. Ach, ja, ja. Das ist jetzt schnell nach Hause. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Schnell, schnell, schnell. So weiß hier. Ja, eigentlich wollte ich noch einen Buhlfußboden machen, aber... Das ist dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Euer Weaver. Das ist dann beim nächsten Mal. Jetzt aber... Schnell, 10 Meter.